Meine Mutter sagte so, das ist ein Terrorregime Man wird versuchen, dich zu brechen, dich umzuerziehen Also dachte ich, es wäre auf keinen Fall verkehrt, wenn sich jemander dieser Leute eine Kugel verirrt Alles, was ich will, ist nur die Regierung stürzen Alles, was ich will, ist nur ein paar Köpfe kürzen Die Lüge im Gesicht, auf ihrer Stirn ein großes L Es folgt im Alphabet den K, K für kriminell Manchmal erlosch ein L, ein Kopf, viel oder zwei Und ich dachte so, bei mir höchstens schade und das bleibt Alles, was ich will, ist nur die Regierung stürzen Alles, was ich will, ist nur ein paar Köpfe kürzen